Willkommen zum nächsten, hart von euch erwarteten Teil zum Thema Oszilloskop. Wir gehen in die Praxis. Wir schauen uns mal zwei Praxisbeispiele an, was wir da beim Oszi machen können, wo uns das Oszi dabei hilft und wir wenden wahnsinnig viel von dem Zeug an, das wir in den Folgen davor schon mal gelernt haben. Das Beispiel Nummer 1 wird sein, wir schauen uns eine UART an, eine serielle Schnittstelle. Ich schicke hier mit dem Gescheiten Ü noch einfach ein paar Buchstaben hin und her. Ich habe hier ein paar Sachen aufgebaut, die erkläre ich euch dann und da schauen wir einfach, wie könnte man den UART hier dekodieren, was für Probleme können beim UART auftauchen. Und als zweites gucken wir uns ein 5-Volt-Steckernetzteil für USB an, Micro-USB. Ich habe da irgendein so ein Handyladegerät und da schauen wir einfach mal, wie genau und wie gut diese 5-Volt sind und schauen uns das, wie gesagt, einfach mal hier mit dem Oszilloskop an. Wir legen aber direkt los. Ich habe hier einen Scheiduino, also einen Arduino-Verschnitt von uns, der hat eine serielle Schnittstelle drauf. Die serielle Schnittstelle ist jetzt nichts Besonderes, kennen wir zur Genüge. Und über die serielle Schnittstelle können wir hier zum Beispiel mit der Software H-Term irgendwelche Zeichen senden. Dazu müssen wir ein COM-Bot angeben, das wäre die serielle Schnittstelle, die wir grundsätzlich einfach überhaupt haben. Also der meldet sich jetzt hier in dem Fall als COM 8. Wir müssen eine Bootrate vorgeben. Boot, man spricht das Boot aus, nicht Bautrate. Wir müssen eine Bootrate vorgeben, die sagt uns, wie schnell das Ganze übertragen wird. Dann nehmen wir jetzt einfach mal 9600-Boot, das ist so ein Standardwert. Und wir belasten alles auf Standard, also 8 Daten-Bits, 1 Stopp-Bits, keine Parität. So funktioniert eine Standard-serielle Schnittstelle, so sind die meisten Protokolle davon eingestellt. Wir verbinden, ich habe das jetzt hier 1 zu 1 verbunden. Ich gehe hier quasi vom TX raus, das wäre der weiße hier, gehe hinten einfach aufs Brett-Boot drauf, schleife das 1 zu 1 durch über ein paar Widerstände, da kommen wir nachher drauf zu, rück- und schleife es vorne wieder ein. Das heißt, wir haben eine Verbindung von RX und TX. Wenn ich hier ABC schicke, sende ich hier unten ABC und kriege hier oben ABC auch wieder als Antwort zurück. Nur mal als Beispiel, wenn ich jetzt hier das Kabel abziehe und ich schicke hier, jetzt habe ich das Resiv-Kabel abgezogen, jetzt kriege ich jede Menge Müll rein, das stecken wir schnell wieder an. Wenn ich jetzt das Transmitt-Kabel abziehe und ich gebe hier ABC ein, CBA, dann wird es nur hier unten geschickt und hier oben kommt nichts an. Wieder richtig reinstecken, nochmal Test, ABC abschicken, ABC kommt an. Das funktioniert also soweit. Wenn wir nun das Ganze mal mit dem Ostsee anschauen und uns das einfach mal dekodieren wollen, einfach mal schauen wollen, wie sehen die Signale am Ostsee aus, müssen wir jetzt erst mal hier auf Auto-Send gehen und schicken unendlich oft alle, machen wir mal 500 Millisekunden, ABC. Jetzt schickt er in Dauerschleife ABC und wir können auch schon über uns ab und zu vielleicht was aufblitzen sehen. Das Ostsee erkennt gelegentlich mal das Signal und wie das jetzt genau funktioniert mit dem Signal, ist eine sehr spannende Sache und jetzt müssen wir uns erst mal anschauen, wie triggern wir das Ganze und das wäre jetzt ganz im Speziellen einfach mal der Trigger-Modus selber. Wir haben ja gesagt, wir triggern mit dem Auto-Modus, ganz oben steht Stopp ran, der läuft jetzt durch. Er triggert also zur Trigger-Bedingung, malt uns das Bild hin und triggert in dem Fall auch, deswegen hüpft es so komisch, wenn der Speicher voll wird. Also der hat zwei Bedingungen, einmal triggert er, wenn die Flanke kommt, malt uns die Flanke kurz hin und dann wird irgendwann wieder der Speicher voll, da war keine Flanke dazwischen und er malt dann einfach den vollen Speicher hin. Wir können jetzt einfach oben auf Stopp drücken. Wenn wir auf Stopp drücken, dann bleibt das Bild stehen und wir haben total schön einfach unser Signal da oben jetzt stehen. Das ist aber nicht so die Methode, wie wir es gerne triggern sollten, denn es gibt im Trigger-Menü eine Möglichkeit, das Ganze nicht nur über diese Auto-Triggerung, also entweder Trigger-Level oder voll, sondern es gibt eine Möglichkeit, den Trigger auf Normal zu stellen und im Normal-Trigger-Modus sieht es so aus, wie wir es jetzt sehen, ich kann jetzt auch hier reinzoomen ein bisschen, im Normal-Trigger-Modus malt er das Bild nur dann hin, wenn wirklich die Trigger-Bedingung, also eine fallende Flanke da ist, den volllaufenden Speicher ignoriert er da völlig. Ja, und jetzt können wir hier schon total schön uns mal das Signal anschauen. Wir schicken ihm hier gerade ABC und das Ganze hier entspricht dann vermutlich ABC. Und da wir aber nicht fließend serielle Schnittstelle sprechen, gibt es jetzt eine total coole Funktion in unserem Oszilloskop und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Der Großteil der heutigen modernen Oszilloskope hat die Möglichkeit, dass wir irgendwelche Signale analysieren können. Dieses Oszilloskope wurde auch schon gefragt, die unten sogar digitale Eingänge rein theoretisch. Also man kann damit auch direkt Logik analysieren. Und hier bei einem seriellen Signal sind wir ja RXTX-Signal, USART-Signal, wie man es nennen will, sind wir ja voll in der Logik drin. Dazu gibt es hier in dem Fall den Taster Decode. Und mit diesem Taster kommen wir in ein Menü rein. Und da können wir ihm jetzt sagen, was wir gerne dekodiert haben möchten. Wir können einstellen, Bustype, RS-232, Parallel, I²C, SPI, da gibt es ganz viel. Wir wählen direkt RS-232 und können unten bei den Settings dann noch einstellen, wie das Ganze ausschaut. So wir haben 8 Bits, Non und so weiter. Genau das, was wir vorher eingestellt haben, keine Parität. Und wir können auch noch eine Bootrate einstellen. Da gehen wir jetzt auf 9600 Boot und quittieren das Ganze. So, jetzt haben wir alles grundlegend eingestellt. Wir schalten den Decoder an und jetzt passiert schon gleich was Interessantes. Er schreibt uns ABC hin. Er hat also das Signal richtig dekodieren können. Wir brechen jetzt mal ganz schnell die Übertragung ab. Ich schicke jetzt mal 1, 2, 3. Er hat 1, 2, 3 empfangen und auch schon sofort richtig dekodiert. So sieht das aus. So einfach geht das. So schnell kann man hier was dekodieren mit dem Oszilloskop und kann überprüfen. Ich schicke irgendein Signal und ich kriege irgendein anderes Signal zurück. Dann kann ich mit dem Oszillos schon mal schauen, woran kann das liegen. Wir stellen mal die Bootrate um. Wir gehen jetzt mal auf 115.200 Boot. Ändern das Ganze auch gleichzeitig im Oszilloskop. 115.200 Boot. Jetzt kann er das, was er jetzt hier hat, nicht mehr dekodieren, klarerweise. Ich schicke ihm wieder 1, 2, 3. Und wir kriegen vorne ganz kleine Spitzen, denn natürlich 115.000 Signalwechsel in der Sekunde sind natürlich deutlich schneller als 9.600. Ich muss also noch ein Tick reinzoomen, damit das Ganze wieder dargestellt werden kann. Aber jetzt sehen wir es schon besser. Wir haben 115.000 Boot. Es wird 1, 2, 3 hingeschrieben. Wenn ich ABC schicke, wir kriegen ABC zurück. Er dekodiert es auch wundervoll mit ABC. Wir gehen wieder auf 1, 2, 3, schicken das wieder automatisch, unendlich oft, alle halben Sekunden und kriegen jetzt unser Signal entsprechend hier dargestellt. Jetzt habe ich euch gesagt, dass ich ja mir was überlegt habe. Und zwar habe ich uns hier unten eine Schaltung aufgebaut. Relativ primitiv. Wir haben einfach Widerstände in Serie und von diesen Widerständen Richtung Grauen drunter habe ich einfach Kondensatoren. Also ganz, ganz, ganz unspektakulär. Und diese Kondensatoren kann ich jetzt hier mit diesem Schiebeschalter ein- und ausschalten. Wenn ich jetzt den ersten Widerstand, den ersten Kondensator dazu schalte, kann man hier erkennen, der schickt noch 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Das ist ihm noch egal. Ich schalte den zweiten Kondensator dazu. Und plötzlich kommt was Komisches an. Wir nennen es im Fachjargon Computergrütze. Es kommt Computergrütze an. Ihr schickt 1, 2, 3 und ihr erwartet 1, 2, 3 und ihr kriegt aber ein... Also Computergrütze. Und jetzt steht man da, hat Kai Ostsee und fragt sich, woran liegt das jetzt? Jetzt habe ich hier meine serielle Schnittstelle, die Schickdaten. Ich habe ein Kilometer Kabel dazwischen und hinten habe ich einen Empfänger. Warum kommt beim Empfänger nichts mehr an? Was für ein Signal habe ich beim Empfänger? Was ist da los? Warum das nicht funktioniert? Ja, das Schöne dran ist, dass eine Leitung, da verlinke ich euch unten ein Video. Ich habe mal ein Video über Leitungen gemacht, dass da eigentlich Kondensatoren drin sind und so weiter. Das könnt ihr euch gerne anschauen. Und die Leitung, wenn die lang genug ist, verfälscht die das Signal. Das habe ich uns jetzt hier mit diesem Aufbau einfach simuliert. Ich simuliere mit diesem Aufbau, mit diesen Widerständen und Kondensatoren eine Leitung. Ich kriege also Computergrütze. Und jetzt würde mich interessieren, wo kommt diese blöde Computergrütze her? Wenn gar kein Kondensator eingeschaltet ist, kriege ich hier richtig schöne Flanken dargestellt. Heißt, ich kann hier wirklich schöne Rechtecke erkennen. Leicht abgeflacht sind sie schon an den Ecken, aber an sich schöne Rechtecke. Wenn ich den ersten Kondensator dazuschalte, das war der Fall, da hat der Computer noch dekodieren können. 1, 2, 3 kam noch an. Man sieht jetzt schon total gut auf dem Ostsee-Bild und ohne Ostsee würde es das nicht sehen. Ihr habt es verloren, ohne Ostsee. Seht ihr jetzt schon? Naja, die Flanken, die werden ein bisschen runter oben und unten. Und jetzt habt ihr natürlich das Problem, wenn die noch runder werden. Ich schalte mal den ersten Kondensator aus und den zweiten dazu. Wenn die Flanken noch runder werden, dann kommt es zu einem Punkt, wo ihr einfach eventuell die Flanke nicht mehr ganz ausgesteuert kriegt. Weil eben diese Rundung bereits noch so flach wird, dass quasi die Flanke schon wieder runter geht. Und das sieht man jetzt hier an dieser Stelle ganz gut. Hier ist eigentlich die Rundung noch gar nicht fertig, diese Ladekurve des Kondensators. Und die Flanke geht aber schon wieder nach unten. Und somit kriegt ihr kein schönes Rechtecksignal mehr raus. Und wenn das kein schönes Rechtecksignal ist, ist auch soweit logisch, dass der Computer natürlich da nichts mehr dekodiert bekommt. Und ohne Ostsee hätte es da jetzt einfach völlig verloren. Also ohne Ostsee kann man sowas überhaupt nicht rausfinden. Und in dem Fall, wenn jetzt eine lange, lange Leitung zwischen eurem Empfänger und Sender wäre, dann würdet ihr mit dem Ostsee sehen, oh, ich muss vielleicht in der Mitte drin mal einen Verstärker einbauen, der mein Signal wieder aufbereitet. So macht man das ja in der Technik. Dass man quasi nach einer gewissen Länge einen Verstärker, einen Signalaufbereiter wieder einbaut, der aus diesem eventuell nicht so ganz so schönen, erster Kondensator, der eventuell aus diesen nicht so ganz so schönen Rechtecken wieder total schöne Rechtecke macht, damit dann nach der zweiten Hälfte zum Beispiel auch wieder nicht so ganz schöne Rechtecke ankommen, die aber dekodiert werden können. Ja, das war jetzt schon das erste Beispiel. Nun schauen wir uns mal an, wie gut eigentlich so ein Schaltnetzteil von, ich habe hier zufällig das von DJI liegen, von der Drohne, die ich euch schon mal gezeigt habe. Da schauen wir jetzt einfach mal, wie gut sind diese 5 Volt, weil 5 Volt können alles Mögliche sein und wir betrachten jetzt einfach mal, wie gut diese 5 Volt unter Last, beziehungsweise einfach generell sind. Wir verwenden dazu den gleichen Aufbau. Ich habe jetzt hier einfach mal das DJI Netzteil eingesteckt, da oben bei Micro USB, die LED leuchtet, wir haben also 5 Volt und ich habe die 5 Volt auch hier am Oszilloskop eingestellt. Jetzt haben wir das Problem, naja, wir haben hier 5 Volt angezeigt, das sieht ja ganz gut aus, aber das habe ich euch ja schon mal erklärt zum Thema AC und DC Kopplung, in einem der vorherigen Videos. Ich kann jetzt zwar hier runter gehen, den Nullpunkt auf minus 3 verschieben, damit ich das Ganze skaliert kriege. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Kästchen. Also ich habe 5 Volt, das kann ich sagen, aber das macht mir jetzt keine Aussage, ob die 5 Volt gut sind oder schlecht. Dann kann ich die 5 Volt belasten, mit einem Widerstand zum Beispiel, und dann sehe ich natürlich jetzt schon, naja, okay, ich habe keine 5 Volt mehr, ich habe nur noch 1, 2, so 2,5 Volt in etwa und mehr habe ich nicht, aber ich kann zum Beispiel nicht feststellen, was habe ich für eine Restwelligkeit. Wie sieht die Restwelligkeit eigentlich von meinem 5 Volt Signal aus? Denn ich will ja eigentlich, wenn ich eine genauere Aufgabe habe, zum Beispiel wissen, ich habe 5 Volt und ich brauche für eine Messeaufgabe exakt genau 5 Volt plus minus 0,1 Prozent oder so. Und wenn ich jetzt natürlich ein 5 Volt USB Netzteil verwende, dann weiß ich ja leider nicht, ob das jetzt genau 5,0 sind oder ob das einfach ein bisschen schwingt. Und gerade Schaltnetzteile sind da ganz, ganz, ganz prädestiniert dafür. Schaltnetzteile schwingen extrem. Dann schauen wir uns also mal an, wie wir jetzt diese 5 Volt genau messen können. Wir haben ja gelernt, es gibt eine AC und eine DC Kopplung. Diese AC und DC Kopplung, die wir einstellen können, ich nehme mal schnell den Widerstand raus. Die AC und DC Kopplung kann man im Kanal direkt einstellen. Wir haben oben Kopplung DC, bedeutet, der zeigt alles an, also Gleichspannung und Wechselspannung. Und wenn wir jetzt schauen wollen, wie genau eine Spannung ist, wir haben ja 5 Volt Gleichspannung und das, was sie schwankt, diese Gleichspannung, ist der Wechselspannungsanteil. Und den stellen wir jetzt einfach mal ein, AC, dann hüpft das Signal gleich runter, wir können jetzt in die Mitte reinziehen und jetzt können wir hier richtig schön reinzoomen und kriegen ganz spontan plötzlich einen richtig krassen Hickhack hin und können plötzlich sehen, oh, die 5 Volt, die sind eigentlich gar nicht so genau 5 Volt, sondern die hüpfen hoch und runter und die haben auch ganz viele Peaks und so weiter drin. Wenn wir das Ganze jetzt mal versuchen zu triggern, dann sehen wir relativ schnell, ja, das geht nicht wirklich. Wir können mal extrem weit reinzoomen in das Ganze und kriegen dann nochmal ein Tick besseres Bild, aber wirklich gut was erkennen, tun wir hier so jetzt erst mal noch nicht. Aber das Oszilloskop hat unsere Messwerte hier. Wir können also einfach mal über Mescher schon mal sagen, wir hätten gerne eine neue Messung und zwar würde ich gerne vertikal messen, V-Pick-Pick, also von ganz oben bis ganz unten. Und jetzt können wir schon mal erkennen, hier links unten steht ein Wert, V-Pick-Pick von 70 Millivolt. Das heißt, wir haben 5 Volt und das schwankt um 35 Millivolt nach oben und um 35 Millivolt so in etwa nach unten. Jetzt schauen wir uns noch einen weiteren Effekt an, wenn wir jetzt nämlich einen Tick rauszoomen aus dem Ganzen. Wir haben ja vorher total reingezoomt. Jetzt zoomen wir mal raus. Jetzt kriegen wir ein richtig interessantes Signal. Und zwar habe ich euch ja gesagt, dass ein modernes Netzteil ist ein Schaltnetzteil. Das heißt, es schaltet. Es schaltet Feds ein und aus, es lädt Spulen auf und ab und entsprechend sieht man jetzt hier am Oszilloskop total wunderschön, wie es schaltet. Wir können jetzt einfach mal auf Stop drücken und uns einfach mal ausrechnen, wie das Ganze aussieht. Wir haben eine X-Abweichung von einer Millisekunde und das Ganze, wenn wir jetzt Kästchen zählen, von diesem einem Hoch zum anderen Hoch, dauert ungefähr eine Millisekunde. Bedeutet, das Schaltnetzteil von DJI taktet vermutlich Frequenz 1 durch T, Periodendauer, also 1 durch eine Millisekunde. Das taktet also vermutlich mit einem Kilohertz. Wenn wir jetzt wieder einen Widerstand reinstecken, um das Ganze zu testen, also unter Last messen das Ganze, sieht man plötzlich, aha, jetzt braucht das Netzteil mehr Strom, also taktet das Netzteil entsprechend schneller. In dem Fall haben wir jetzt 100 Mikrosekunden in etwa pro Taktzeit, also eine Millisekunde auf 100 Mikrosekunden runter, Faktor 10, also wir takten jetzt mit 10 Kilohertz. So kann man zum Beispiel ganz schnell anschauen, wie funktioniert ein Schaltnetzteil. Hat es dynamische Frequenzen, hat es fixe Frequenzen und in dem Fall passt er hier das wundervoll an. Wenn wir nochmal den anderen Widerstand reinstecken, den wir vorher drin hatten, dann sieht man, dass er jetzt hier total anders und komisch taktet und dass er da halt auch schon an die Grenzen kommt. Wir haben ja 4 Volt gehabt, also da hat er plötzlich viel mehr Probleme. Alles in allem sind wir aber mit V-Peak-Peak bei ungefähr, ich schätze jetzt mal maximal 100 Millivolt. Wir haben also 1-2% Abweichung von unserem Solver. Das ist absolut in Toleranz und in Grenze. So, wenn ihr andere Beispiele habt, die ich gerne machen sollte, wo ich euch zeigen soll, was man mit dem OZI sonst noch machen kann, dann schreibt es bitte gerne in die Kommentare rein. Ich hoffe, ich konnte euch schon mal ein, zwei coole Dinge zeigen, die man mit dem OZI machen kann und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, ciao!